Jucket News, Sachen, die man wissen muss. Leni Lindenhof hat jetzt endlich 140 Abos und freut sich sehr. Wer noch nicht abonniert hat, abonniert bitte jetzt. Der Lindenhof wird bald umgebaut und viele Pferde werden ins Regal ziehen. Die Einhörner sind zurück. Es werden ab und zu Videos mit ihnen kommen. Wer hatet, hat auf dem Kanal nicht zu suchen. Es gibt jetzt Shorts. Guckt gerne vorbei. Habt ihr Video-Wünsche? Wenn ja, schreibt sie in die Kommentare. Jetzt seid ihr informiert.